so leute herzlich willkommen auf baller casino wir sind auf casino club three tiny gods das sind diese drei kleinen götter wir wollen mal sehen hier ok 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 naja kommen leute wir fangen kaufen 8 free spins kommen 75 euro erhöhen sie ihre chance misst du vor so groß und so weiter aus erhöht ich weiß es nicht leute wir stellen erst mal runter 60 zählen dass wir sonst 40 und 60 spielen wenn es 90 90 ist schon hart 75 75 können wir noch machen leute wir machen 75 hier mit foxy bonus keine ahnung so passt alles aufnahmen läuft hier wohl 50 free spins erst mal hier und dann schauen wir mal mini mini maxi ja wir wollen mal gucken die drei kleinen götter sind die uns gewogen bis jetzt ist es noch nicht so toll naja das ist ja richtig fies er macht dann so als ob er ihn droppt und dann zieht er ihn durch das ist ja eine fiese nummer leute ok das ist richtig fies hier werde ich nicht alt bei dem spiel dann zeigt das ding doch nicht dann zeigt den scheiß gettern nicht mal wenn ihn nicht gibt das finde ich echt heftig bleibt mir nicht böse das ist echt psycho das ist echt psycho das richtiges psychospiel ok 8 free spins jetzt wollen wir sehen er hat er schon ein bisschen genommen jetzt schauen was er kann ja ich will wir schauen mal wir schauen mal ok 8 von 8 spins das war's fürs erste ja fürs erste ist das in ordnung bleiben wir bei den einstellungen 50 cent da jetzt hat er das hier wieder deaktiviert ok er hat es einfach mal wieder wenn ich höre gehe auch wenn ich höre geht da oben der alte jack hat auch hoch ok 75 war doch in ordnung leute aber das ist echt psycho mit dem durchziehen hier von dem skater also das ist echt wer ist er denn was ist das denn für ein fregel gewesen oha was kommt jetzt junge oha ok er sortiert das ding erst mal neu das finde ich in ordnung der kann öfter kommen er guckt immer so ein bisschen dahinter der säule vor oder wieder ab junge wie nice der bruder aus und okay so Ja, was hat das mit dem Geld da wohl auf sich, was da oben in den Topf reingeht? Ja, was hat das mit dem Geld in den Topf reingeht, was da oben in den Topf reingeht, was da oben in den Topf reingeht. Ja, naja. Okay. Leute, keine Ahnung, aber ja. Neun Euro nehmen wir mit. Munition. Wenn da so Wohle kommen, kann es natürlich immer böse werden. Jetzt zahlt das mal wieder ein. Okay. 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 Drei kleine Götter. Hm. Okay. 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 Ja, die drei kleinen Götter bis jetzt, ich sag mal, haben einigermaßen gehalten. Wir schauen mal. Haben wir mal ein paar Spins. Okay. zwei. Und zwei Götter bis jetzt. Und dann haben wir so hier in den Bösen. zwei, 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 drei, zwei, 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 drei. Und da haben wir wieder ein paar harten. Los geht's jetzt, ich sage mal ein paar Harten. Aber da sind die zwei, drei, drei, zwei, drei, 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 zwei, drei, zwei, zwei, drei, zwei, drei, drei. cool das wäre es gewesen würde da kann ja nicht immer bilder machen irgendwie wird das wird schon besonderes besondere feature bleibenden im einzahlen da das hier unten es fängt ja wieder mit seinen psychospielen okay ich habe nichts gesagt alles gut wir sind noch mal drin schauen wir mal was hat das oben dazu sagen die tollen dreht sich immer jetzt jetzt werden das erfahren ok dass drei spins katze naja geht nicht durch hat keine linie nur keinen connection jetzt kommen schade leute jawohl da haben wir ein bisschen linie gemacht und noch mal so ein goldenes teil ach die symbole nimmt er dann raus oder wie die günstigen symbole nimmt er dann raus anders sein jetzt kommt er wolle das schon mal mal ist das schon mal leise sauer das in ordnung leute wir sind ja noch nicht am ende wir haben noch ein paar spins schauen wir mal um nimm noch was raus wäre das wäre geil oh ja schade jawohl aber fast nur noch figuren dann beziehungsweise fast nur figuren die anderen kommen dann dementsprechend mehr hat man so den eindruck dann oh ja oh ja das in ordnung das in ordnung das wollen wir genießen das kann man kann man machen kann aber gönnen kann man sagen kommt das letzte ding auch noch aus das wäre geil jawohl leute so jetzt kann jetzt kann man es werden aber auch nur uns pins jetzt kann man was werden leute jawohl sauer kommen da das sieht gut aus das sieht schon mal gut aus wir haben schon eine reihe das sieht sehr gut aus da will ich mich nicht beklagen ja muss man ein bisschen genießen leute jetzt dass er ein bisschen zählt das immer ein bisschen zählen das in ordnung endlich mal wieder ein bisschen lack man endlich mal wieder ein bisschen lack jawohl wir beschleunigen es mal ein bisschen 9 euro aspens haben wir noch ja das ist auch in ordnung kommen gibt ihn nicht naja hinten ist immer ein bisschen heftig okay macht ihn trotzdem beschleunigen hier das ding wieder ist gut kommt trotzdem nicht so oder sie ist ja ja das ist in ordnung da bin ich zufrieden vollkommen zufrieden jetzt mal sehen jetzt zählt das schon ein bisschen schneller da lassen wir noch mal zählen noch ein bisschen freuen eine sache das gibt munition für das nächste game das ist in ordnung epic win leute sauber so wollen wir es sehen höher geht wohl nicht mehr als epic da haben wir ein stück selder verdient leute haben wir ein stück selder verdient so drehen nochmal locker von hand tippe runden Psycho-Skater Psycho-Skater wieder am Start Alte Katze am Winken Okay, sortiert das neu Das ist in Ordnung Das ist in Ordnung So Leute, Psycho-Skater wieder Ganz heftig Ich würde sagen, wir wechseln nochmal Okay Ah, komm Ja, nochmal ein bisschen was mitgenommen 3 Euro Ist in Ordnung Ja, das wird nix Das wird nix Das wird nix Oh, schade Das kann also auch passieren Halbe Höhe und dann Geht er wieder runter, ne? Wer kennt es nicht? So halb hoch, ne? Halb hart und dann geht er wieder runter Ja Psycho-Skater Ja Zu geil Okay Ja Ja, das Game hat mir schon mal ein bisschen besser gefallen Als Five Families, was wir davor geballert hatten Wahrscheinlich auch Wenn man gewinnt, gefällt es einem Ja, klar Komm mal vorne nochmal Okay Ja Ja Das ist in Ordnung So Leute Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit Ja Bis zum nächsten Mal Bleibt gesund Lass einen Daumen da Lass ein Abo da Und so weiter und so fort Ihr kennt es Ja Outro